Hier draußen sehen Sie die TUI Bar mit den Shops. Hier kann man ein bisschen einkaufen gehen. Ein schöner Friseur. Der TUI Bar ist hier. Hier sehen Sie verschiedene Shops. Und da ist abends immer was los hier an der TUI Bar. Das All inklusive kann man hier sehr gut nutzen.